Warum ist Götzenanbetung eine so verführerische Versuchung? Warum ist Götzenanbetung sehr verführerisch? Warum müssen wir alle Apostel, wenn wir Götzenanbetung anbieten? Wenn wir vielleicht von Götzen reden, dann reden wir eben das goldene Kölf, das die Israelite anbieten, den Götzen. Weil zweit, das gibt sehr viele Götzen. Und ich möchte euch hier ein bisschen mitteilen, was das mit den Götzen anbieten. Und weil wir da abhören, tun wir das nicht, dass wir nicht den Götzen anbieten. Es ist die sündige Natur des Menschen. Unsere sündige Natur. Uns Menschen ihre sündige Natur. die uns moderne Idole anbieten lässt. Was uns lebt, diese moderne Idole, diese moderne Götze anbieten. Und alle sind in Realität eine Form der Selbstanbetung. Und das im Generalen erst dort, wie denn uns selbst anbieten. Wie glauben wir an die Wirtschaft? Dort haben wir alle Götze. Wie haben das alle Schmuck gemerkt? Wie sind die Jäsen hier, wo die Götze haben? Wie geben wir Gott nicht die ihr, wie glauben wir dort wieder selbst alle Götze haben? Die Versuchung, uns selbst anzubieten. Die Versuchung, uns selbst anzubieten, ist tatsächlich eine sehr verführerische Versuchung. Dort ist tatsächlich eine sehr gefährliche Sache, wo wir mal die Apostel aus Christen, aus politischen Menschen, aus allen Menschen in der Welt. Für das müssen wir abhassen. Wenn wir diese moderne Götze anbieten, dann müssen wir die Götze anbieten. Dann müssen wir Gott, Frau oder sie uns willzinnen und Heiligen Geist geben. Und dass sie uns wird leden, dass wir uns selbst anbieten. In der Sache, was wir gemerkt haben, an der Wirtschaft, an der Arbeit, an der Phones, an der Chor, an der Autos, an alle Sachen, an der Schule, an der Kopf, dass wir uns selbst anbieten werden. Sogar dann ist es ein lebenslanger Kampf und Teil des christlichen Lebens, der Versuchung, der Anbetung von Idolen zu widerstehen. Wir müssen, solange ich in der Schule lebe, wo wir abhassen, dort bin ich in der Fall, an der Fall, an der Idole, dort bin ich in der Schule, an der Gottmärkte, an der Chor, an der Auto, an der Gose, an der Darpa, an der Städte. In Epheser 6, oder Epheser 6, oder Epheser 6, auf, greift zu all den Waffen, die Gott für euch bereithält, zieht seine Rüstung an. Dort nur all die Waffen, die Gott uns gejagt hat, nehmt die in der Bibel, dort voll, wo wir gerne, seht ihr, in Gott, wo wir uns diese, diese schmucke, ähm, Waffen geben, dort wie diese sind, wo wir das tun haben. Dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwerden. Dann könnt ihr all diese geheime Sachen, oder diese Tricks, wo wir so tun, mit uns bräuchten, dort wie die wahre Stuhlchen. Was tut das nicht, auch? Erste Timotheus, SARS 12, zu sagen, Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpfe den guten Kampf mit deinem Glauben. Erringe so das ewige Leben. Und so hast du das ewige, das ewige Leben gewonnen. Dazu hat dich Gott berufen. Gott hat dich total berufen. Das sagt uns in der Bibel. Und das hast du vor vielen Zeugen bekannt. Und das hast du vor vielen Zeugen bekannt gegeben. Du hast ein Zeugnis gegeben, vor deine Gemeinde, vor deine Church, vor deine Fremde. So, nu wollen wir auch dort heulen. Weil wir uns nicht Götter merken. Weil wir uns nicht Idole merken. Das wird dir die ersten Platz geben in unserem Leben. 2. Timotheus 2, 3 Als ein guter Kämpfer im Dienst für Jesus Christus musst du so wie ich bereit sein, auch für ihn zu leiden. Als ein guter Kämpfer, als ein guter Kämpfer im Dienst für Jesus Christus, soll wir bereit sein, wir sollen bereit sein, für Jesus zu leiden. Und das ist mir nicht so einfach. Das ist mir nicht so einfach, für Jesus zu leiden. Wenn wir das Wort Götzen hören, denken wir oft an Statuen und Objekte. Wenn wir dort Götzen oder Idolen hier, dann läuft dort erst vielleicht eine Statue oder dort vielleicht ein Kolf, das dort in der Bibel geschrieben steht. Die an Götter heidnischer und antiker Kulturen erinnern. Vielleicht wird es erst einmal gewusst, dass so eine Götter, die die Israeliten haben angebetet. Wird dort ein Polen gemerkt haben in dem Angebet. Haben alle eine Kinder geabfert für diese Steine. Wenn du uns selber denkst, dort ist es in der Bibel beschrieben. Aber von der haben wir andere Götter. Wir moeten dann abhause, dass wir nicht an sie eine Götter merken. Und ich bin mir sicher, dass wir alle moeten abhause, aber das auch. Nur im 21. Jahrhundert sind die Idole oder die Götter, die wir haben, ganz anders, als die wir vor duzenden Jahren treten. Ganz anders. Heute haben viele das goldene Kalb durch die unersättliche Geldgehe. Von der habe ich die Geschichte, die wir in der Bibel haben, von dem goldene Kolf. Er sagt, mit Geld hier, ganz jemalig sein, noch Geld heranzen. Prestige, das beste Haus haben, das beste Auto haben, das meiste Geld in der Bank haben. Das sind alles Götter, was wir von dir haben. Oder Erfolg. Du wirst erfolgreich sein, du wirst mit einer Wirtschaft ganz gut sein, du wirst es gut machen, du wirst ein sehr fan von Wirtschaft zu sein, du wirst ein sehr fan von Arbeiter sein. Und in den Augen der Welt ersetzt. Weet je, wir haben so eine Sache, haben wir von dir. Aber wir müssen noch abhause, ich auch. Da habe ich mich stolz auf mich selbst. Manche streben ein gutes Ansehen bei anderen als höchste Ziel an. Mit Unja und viele Döne, mit ihren Onzeigen. Sie wollen die beste Onzeigen sein in Barb. Oder in der Klee, oder in der Stadt. Wie wollen die beste Onzeigen sein? Ich muss auch noch abhause, dass ich nicht leufe, dass ich die beste Hauptspieler sehe. Und dass ich nicht die beste Redner sehe. Ich sehe nicht die beste Redner. Ich sehe nicht die beste Hauptspieler. Das heißt, andere können all dort viel beten als ich. Bloß nicht leufe, dass ich meinen Gott möchte. Ich muss abhause, dass ich nicht leufe, dass ich die beste sehe. Das Ergebnis ist dasselbe. Trennung vom einzigen, wahren Gott. Ab dem engendigen Leben bedeutet es, du bist getrennt von deinem einzigen Gott. Von dem einzigen, wahren Gott. Von dem hast du dich dann getrennt. Ein Götze kann alles sein. Ein Götze kann alles sein, was wir in unserem Leben vor Gott stellen. Was wir in unserem Leben vor Gott stellen. Dort ist uns Götze. Wisst du dort? Alles, was du vergottstahlet hast. Was die Wäsche erst aus Gott. Alles, was Gottes Platz in unserem Herzen einnimmt. All dort. Der Platz, was Jesus soll haben in unserem Leben. Wie andere hier gibt. Wo wir Jesus den ersten Platz geben. Wie zum Beispiel Besitztümer. Zum Beispiel all dort, was du hast. Deine Arbeit. Beziehungen, wo du mit deiner Gesellschaft vor dich hast. Deiner Hobbys, wo du hast. Deinen Sport, wo du hast. Entertainment. Gier. Jelteheronsen. Abhängigkeit von Alkohol. Wenn du den Alkohol in unserem ersten Platz hast. Vergott. Drogen. Wenn du deinem ersten Platz hast. Spiele. Pornografie. Vielleicht hast du Pornografie in unserem ersten Platz gejetzt. Dort, die dort sehr wichtig ist. Und dort soll sowas nicht mal in unserem Leben sein. So eine Sache aus dort. Aber trotzdem sagt uns die Heilige Schrift. Dass bei allem, was wir tun. Dort alles, was du in echt dünne. Tu es zur Ehre Gottes. Döte dir die Ehre Gottes. Alles, was du des. Döte dir Gott seine Ehre. Wir zahlen Jesus den ersten Platz geben in unserem Leben. So wir wünschen dir und deine Familie noch einen schönen Tag. Mit Jesus. Wir wünschen dir Gott die Heilige Schrift.